Hallo Leute Hallo Leute, es kommt zur siebzehnten Folge von Minecraft 3 Heute sind Slushy und Herb dabei Oder Dämon Deswegen schaue ich mich jetzt gleich auf Ich habe gerade gestimmt, weil wir nicht zu laut sind Und wir müssen die Füße machen lassen Ohne jeden Tag Ja Dann benutze ich mich gleich Und dann So, ich schaue jetzt auch los Oh Gott, da können wir gleich Eine Aufnahme machen Ich habe die Aufnahme schon gestartet und du hast schon die Anmoderation Oh mein Gott, Alter, wir haben morgen schon mal eine Anmoderation Habe ich schon gemacht? Das habe ich gebildet Alter, sag doch was Ja, ihr wart mir zu laut Dann sagt man es halt bitte leise Ich mache eine Anmoderation Warte Können wir bitte drüber reden Wir können die Timber Mod raufpacken Ey, ich glaube ich mache keine Mods mehr rauf Es leckt ja jetzt schon richtig aus Ja, aber die Timber Mod wird sich gerade Schlimmer machen It's going down It's getting timber No better move Okay Danke Ich kann auch sagen Du, was ist denn los mit dir? Ich bin hart auf Crack Oh, warte ich glaube Ich glaube Sie ist gar nicht reden Frätze Frätze Oder doch Frätze Okay, Frätze kann reden Ich heiße nicht Frätze Hi Nein Ja, bei mir war es relativ flüssig eigentlich Ich glaube es ist das richtig Also äh, stimmt Also äh, stimmt Dann ist ja alles Gut, dann ist glaube ich keine weitere Leckmaschine Am Lauf hin Ich habe übrigens rausgefunden wie man Monster Fleisch macht Das ist richtig scheiße Dass jeder da gewählt hat Ich habe schon diese Suppenliegen gesehen Ich schieße die immer mit Feuerbällen Oh ne, die wagen einfach nur in der Luft Ich glaube zweiter ist Da 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 So Da 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 Ich würde sie nicht stören Wenn ich bei einem Haus über den Zaun abreiß Was? So, Freeze, ich habe jetzt ähm Warte, ich online komme Bist du nicht online? Ach lol, ich dachte du ist online Ach scheiße, Moritz Ich habe jetzt Cake gebannt wegen respektlosen Verhalten Und weil er hundertprozentig ist Oh mein Gott Warte mal ganz kurz Das muss, Bruder Ja 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 Ich kann alles Ich würde sie einfach sagen Ey Gotti Machs gut Und dann könnte ich einfach das Das darf ich sein Das darf ich sein Ich habe erst gedacht Ich habe keine Ausnahme im blauen Schuhe Ich weiß Deswegen habe ich es gemacht Merle Merle war ich gerade eben Hallo Hallo Sluffy Hallo Das ist mein Name Ihr Herbst Darf ich sein Stuff bekommen Hey Nein Also ich hätte nichts dagegen aber Oh Ich meine Cakes Ist das schon lauter? Ja ich hätte nichts dagegen Das Ding ist nur Cake hat noch äh Andere Member Teil So schwer Ist doch uns Ist egal Nein Ich habe jetzt extra so viele Stacks Äh Stein gemacht Äh Glas gemacht Für die Für mein Gewächshaus Ähm Slushy Wir heben mal Ding auf Nein Stopp noch nicht noch nicht Ich wurde von der Insel gebackt Ich wurde von der Insel gebackt Jaja Jetzt hat Cheater sich wieder irgendwas Jetzt Jetzt Guck mal jetzt an meinem Tag Hat irgendwas Hat sich irgendwas geschehen Die Teams abchecken Ob Cake überhaupt noch ein Team hat Alter Das hat er wohl gewagt Warte kann man den Zaun schüsseln? Ne Cake hat kein Team mehr Leider nicht Cake hat kein Team mehr Er kauft ja Internet Ach stimmt Ach Scheiße Den hätte ich jetzt gerne Den hätte ich jetzt gesagt Ich mache ein kleines Event Möchtest du mich jetzt nicht? Und alle können sich aus Was nennt das jetzt so? Ja das liegt höchst wahrscheinlich an den neuen Mods Ich habe 3 FPS Ich habe 17 8 Ok jetzt läufts wieder Gertserver leckt ein bisschen Ey Was los? Ich hatte gerade kurz das Gefühl Dass es vielleicht an den Schokobus liegt Weil es direkt über den Schokobus gelegt hat Ne ich hatte bei mir hinten auch gelegt Ey Grotti Ja Ich habe ein verpacktes Mana Tablett Das geht nie leer Darf ich das auf dich schießen ne? Nein 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 Bruder Ich habe hier keinen Ich habe hier noch keinen Schutz Fertig runterfallen einfach Ich würde hier hinten gerne mein Haus bauen Was ist denn da baust du da? Also erst habe ich das hier Dann habe ich noch das hier Wow Wow Wieso treffe ich dich nicht? Feeling, oder? Du bist ein GM? Seit wann bist du denn im GM? Das vergesst nicht Oh Grotti ich habe das hier Doch der baust du hier Klang heimlich weiter Ne So nicht So nicht So nicht So nicht So nicht Ich habe nichts für Nutz gemacht Ich habe hier nur angefangen was zu tun Oh lol es lags Stacks holen einfach so bei uns in den Kids Ich habe die alle entfernt Ich weiß auch nicht Boah alter warum leckst du so? Ja Ich mach bei uns alle Pfeile Nein 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 Ich kann mir nicht bitte irgendeinen Mod Die jetzt zum Leggen bringen entfernen Eis & Fire ist wahrscheinlich Es ist 100 pro Eis & Fire Weil die die größte hier ist Weil es macht so halt einfach keinen Spaß Wenn es immer mal wieder lags Wenn es bei den Hälften von den Spielern lags Ist es egal ob es eine geile Mod ist oder nicht Okay dann nehme ich sie raus Es tut mir leid aber es ist gar keine andere Möglichkeit Ich habe eine schlechte Vermutung Das sie nämlich nicht runternehmen kann Wobei Doch Doch Geht Alleine Ja 15 16 23 23 23 24 So Leute Viel Spaß Kann ich auch join Hoffe ich Wenn nicht Dann raste ich aus Was willst Und kann ich join Ja kann ich Ich kann mich auch So Ich kann mich auch so einfach Fällt schon weit zum Leggen haben Die ist Geilo Aber kann ich jetzt nichts machen Ich will sagen Ich probiere so mein Paus Das ist so mehr wie den Bier ich drin Das sieht Apfel Dämon In den Weg kommen Für den Pärre Und Rotes Chogobo Natürlich Wie dein Weibchen Wie soll es auch anders sein So Wenn ich jetzt mal wieder ein paar Bäume Bei Ach du Scheiße Ich würde mich sterben Bei meiner krassen Baumplotage So Wenn ich dann auch gleich diese Nachsammeln So Dann bin ich natürlich dann auch gleich diese Nachsammeln Und Auf 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 Ein bisschen low, ein bisschen low. Ja, war perfekt gereicht. Samplings, so ist es. So, dann haben wir dann mal knapp zwei Stacks. Eichnungsstufen sollen reichen. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Haus ich bauen würde. Ich würde auf jeden Fall so eine kleine Passage haben, wo ich halt nur Glas habe. Oder so ein Glasdach. Darauf hätte ich einen verdammten Bock. Einfach nur, weil ich gerne... Äh, hügel wollte ich schon sagen. Gerne Paragraphen wollen. Oder wollen würde. Und ich finde es halt krass, dass ich immer noch null Tode habe. Warte ich ganz kurz. Vorbereitungsmaschine Starthöhe. Dann bekommen wir hier noch mal an. Jetzt haben wir wieder rausgewachsen. Äh, wir kriegen hier noch mal... Und jetzt haben wir hier noch mal ein... Olha, so.. ... Jetzt kommt! Einmal ist Torben. So, Tom's den Wettbewerb mit Ingrid. Das ist groß genug, ich muss aber noch einen Block hier wegnehmen, wegen dem Sound. Das ist noch viel zu klein. Ich glaube hier war jetzt noch ein 2 und noch hinten ein 3. Vielleicht reicht das schon aus. Und ja, noch hinten ein 3. Jetzt müssen wir kurz noch ein paar Snaps machen. So. Ähm. Ja, dann hin und her. Ah. Puh. Ich kann jetzt so viel angreifen, weil ich brauche die Zäune auch noch einige. Und die Zäune werden mir keinsfalls reichen. Die Zäune sind nicht so wichtig, aber es ist so wichtig. Hier ist das einfach ein Hockey. Hm. Ich finde, das ist ein Schleck. Oh, ne doch nicht. So, ist das 7 weit? 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 9 9 10 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12